Die Läufe hat sich schon interessant aufgebaut. Da sehen sie Sternchen, die Jungs. Die Läufe hat sich in die Läufe hat sich in die Läufe. Die Läufe hat sich in die Läufe hat sich in die Läufe. Da finden wir mal die Tür. Super. Und wie kommen wir da rauf? Tschüss Mann. Ich bin die Läufe hat sich in die Läufe. Bist du krank? Bist du krank? Ich bin die Läufe hat sich in die Läufe. Ich bin die Läufe. Komme ich nicht rauf? Schade. Ich bin die Läufe. Okay, das war aber jetzt auch ein bisschen eine knappe Geschichte hier. Tim. Mal sagen, die Kostüme kommt man hier irgendwie leicht. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ach, nicht schön. Was ist das? 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 Ich glaube, ich brauche mir nicht noch einen Charakter. ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin die Läufe. Ich bin die Läufe. Ich bin die Läufe. Ich bin die Läufe. Ach ne. Ich bin die Läufe. Schade. Na ja. Jetzt gehöre ich wieder zu dem Läufe. Das ist ja unerhört. Den pappen wir von hinten. Ja. So, was haben wir hier? Nichts. Hier. Nichts. Nichts. Ich bin eben auch von hinten. Das war's! Ja! Ah! 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 Und was haben wir hier? Ich bin wieder im Balli-Balli... Geniales Abschlussbild Okay... Na los? Los, weiter! Äh... Ach ja, genau, Enterhoppen... Oh, ein Schatz! Oh, ein Zahnwart! Hm... Ach, da brauchen wir irgendwas anderes... Das nehmen wir auch noch mit... Der Kapitän hat... Der Kapitän hat... Das... Auf der Regenstation! Er ist hier! Zu Hilfe! Stopp! Stopp! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zuvorstehen bleiben! Ja klar, ich bleib stehen! Ich bin wegen dir! Wo sind Sie? Das wird jetzt gewesen... Ja klar, da tut dir nichts! Und tschüss! Mh... Mh... Der finale Weg, hä? Schmuggler! Mh... 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 Mh...